Jetzt kommt das Ergebnis der Wahl des Parteivorsitzenden Horst Seehofer. Es wurden insgesamt abgegeben 810 Stimmzettel, davon waren ungültig 17, gültig 793. Auf Horst Seehofer entfielen 664 Stimmen, das sind 83,73 Prozent der gültigen Stimmen. Liebe Horst Seehofer, herzlichen Glückwunsch. Das ist ein respektables Ergebnis für Horst Seehofer, vor zwei Jahren hatte er 87,2 und jetzt immerhin noch 83,7 Prozent nach den ganzen Streitigkeiten mit Markus Söder. Also die Harmonie, die hier jetzt offiziell gezeigt wird, kommt an bei den Delegierten. Großes Vertrauen durchaus für Horst Seehofer, der jetzt schon das Mikrofon in der Hand hat, um diese Wahl anzunehmen. Mit Nein stimmten 119, darüber hinaus entfielen dann noch fünf Stimmen auf Manfred Weber, vier auf Markus Söder und eine auf Hils Ereigner. Herr Parteivorsitzender! Lieber Horst Seehofer, ich darf nicht fragen, ob du die Wahl annimmst. Ich nehme die Wahl an, liebe Parteifreundinnen und Freunde. Das ist eine gute Grundlage für das, was auf uns wartet in München und in Berlin. Danke.